Musik Wälder, Wildbäche und Panoramablicke, die 14 Kilometer lange Hahn- und Hennerunde, ein Schwarzwälder Premiumweg und Genießerpfad auf Zellergebiet erfüllt viele Wünsche. Die Rundwanderung führt teils auf neu angelegten urwüchsigen Pfaden durch dichte Wälder, vorbei an Wildbächen oder an schroffen Felsformationen und bietet weite Ausblicke auf Schwarzwaldtäler mit einsam gelegenen Bauernhöfen und ferne Dörfer. An fünf, sechs Rastpunkten sind liebevoll und witzige Holzinstallationen mit Sitzgelegenheiten angelegt, verziert mit dem bekannten Hühnerpaar des Dekors der Zeller Keramik. Musik Unterwegs sind selbstgemachte Obstbrände geschäftstüchtiger Bauern in ausgehöhlten Holzstämmen und Kästen zu finden. Musik 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 Musik